Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Teil vom Funkgerät XIGO X6100. Ich habe das letzte Mal ja grob erklärt, was das Teil kann. Heute machen wir das Versprochene und zwar schrauben wir das Funkgerät mal auf und schauen, was drin ist. Schauen, warum das Ding eigentlich 700 Euro kostet, weil ich meine, 700 Euro ist ja nicht nix. Und für irgendein China-Zeug schauen wir mal, warum eventuell sich der Preis auf irgendwelche Art und Weise rechtfertigt. Ich habe im Übrigen meine 128er MicroSD-Karte wieder gefunden, die war da drin, warum auch immer. Wir haben rundum überall Schrauben dran und ich schraube jetzt einfach mal drauf. Spickeln wir hier schon mal rein und schauen, was wir alles drin haben und schon erkennen können. Wir sehen hier oben auf jeden Fall schon mal den Akku. Hier spickeln ein paar Relais raus, da spickeln irgendwelche Spulen raus, Stromanschluss. Okay, der Akku geht also einmal komplett durch, so wie es ausschaut. Kofonanschluss, MicroSD-Karten und die USB-Typ-C-Stecker. Dann schauen wir mal, das Teil ist da oben noch geschraubt. Und im Übrigen hier der Xigu Void-If-Damaged-Aufkleber. Den werden wir jetzt professionell öffnen. Wir haben hier komplett auf der Unterseite, muss ich ein bisschen rauszoomen, so groß ist das Ding, auf der kompletten Unterseite die Batterie, beziehungsweise es sind, hier merkt man eine Einbuchtelung, es sind zwei Batterien, die drin sind, die hier auf den Deckel aber auch geklebt sind. Schauen wir mal, ob wir die Folie irgendwie zerstörungsfrei abkriegen. Leider sehe ich jetzt hier nicht, was für eine Kapazität die Batterien haben. Wir haben aber hier oben drauf schon mal eine kleine Schaltung, die vermutlich mal irgendein leichtes Balancing oder so übernehmen würde. Das sind vermutlich irgendwelche Fades, die wir hier sehen. Und wir haben vier Anschlüsse, die dann Richtung Funkgerät gehen. Und auf der Seite, ah, hier kriege ich es noch besser ab. Wir sehen hier zwei Chips verbaut, einmal der S820 und weiter rechts nochmal der S820. Das sind Protection Chips, die im Prinzip jeder davon kann, eine Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Batterie vor Überstrom, Überladung und Unterladung schützen. Also die sind quasi der Batterieschutz und die Fades vermutlich irgendwie so ein bisschen Balancing. Die Batterie, schrägstrich der Akku, ist hier gesteckt. Das heißt, wir machen das Teil jetzt auch einfach mal stromlos, dann kann beim Rumschrauben schon immer zu viel passieren. Oh, okay, zu viel zum Thema zu viel passieren. Der vordere Teil löst sich gerade schon runter. Dann stecken wir den auch gleich aus, nach oben klappen in dem Fall. Hier oben ausstecken und hier durchfädeln. Wir haben hier das vermeintliche Herzstück, den HF-Teil vom Funkgerät. Und zwar können wir uns jetzt da mal genauer anschauen. Das da wird eine Puffer-Batterie sein. Da wird halt die Uhrzeit speichern, wenn mal der Lithium-Ionen-Akku leer gehen würde. Wir entfernen auf der Seite den UFL-Stecker, so heißt das Ganze. Eine meiner Lieblingssteckverbindungen für HF, im Übrigen UFL-Stecker. Und das UF.L, das ganz genau haben will. Und dann schrauben wir jetzt einfach mal dieses hochheilige HF-Board hier runter. Und haben es dann auch quasi schon in der Hand. Können Sie uns also mal genauer betrachten. Was haben wir hier? Wir erkennen hier sofort eine ganze Horde, diese weißen Dinger. Das sind HF-D4-5. Das sind Relais. Wir gehen mal auf die Unterseite. Und da können wir gleich einige Dinge erkennen. Und zwar sehen wir hier eine ganze Horde an Kondensatoren, die hier angeordnet sind. Wir sehen hier oben die Leitung durchgehen, die HF-Leitung vermutlich. Die dann vom Relais abgeht oder zum Relais hingeht entsprechend. Wir haben hier die ganzen Relais, die das umschalten. Und das da, das sind im Prinzip unsere Bandvorwahlen. Also da ganz schön locker das ganze Zeug. Da sind unsere Filter, die die Bänder vorwählen. Wenn wir also ein Band umschalten, wird entsprechend eine Relaisgruppe vermutlich jetzt mal einfach geschaltet. Und diese Relaisgruppe gibt uns dann diese Vorselektion, damit wir eben nicht das volle Spektrum kriegen, sondern eben einen schönen schmalbandigen Frequenzbereich. Dann geht das Ganze vermutlich weiter nach da oben. Da oben haben wir dann irgendwo die Antenne. Und der Bereich hier gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Eine ganze Horde HF-Relais. Wieder ein paar Spulen. Alle so einigermaßen unterschiedlich gewickelt. Also es sind echt ganz schön viele verschiedene Bauteile drin. Ich zoome euch da jetzt auch gerne mal richtig schön rein, damit ihr seht, was da für eine Vielfalt an Bauteilen drin ist. Das heißt, wirklich unterschiedlichste Wicklungen, alles Tortoise-Gewickelte, also Ringkernspulen auch hier unten mit verschiedenen Ringkernfarben. Bedeutet, wir haben hier wahrscheinlich einen Ferritkern. Und hier wird es dann irgendwo Richtung einem hochfrequenteren Ringkern, der eben dann die höheren Bänder, das Ding kann ja bis 50 MHz, werden dann die Kerne da oben dafür zuständig sein, damit die eben nicht in Sättigung gehen, wenn die Frequenz zu hoch wird. Der Teil hier oben, mit vermutlich wieder einer ganzen Horde Kondensatoren auf der Unterseite, kann man auch wunderschön erkennen, der Teil hier oben ist der Antennentuner. Der passt uns die Antenne an. Das Ding hat ja einen Tuner drin, das heißt, da oben kann man entsprechend die Antenne anpassen. Da schaltet es dann die Relais um, die Spulen um, die verschiedenen Kondensatoren auf der Unterseite dazu oder weg, damit man da eine vernünftige Anpassung der Antenne kriegt. Damit das Ganze funktioniert, wird hier irgendwo in dem Bereich vermutlich die Stehwelle ermittelt. Es wird eine dieser Wicklungen hier sein. Da kann man es zum Beispiel erkennen, da geht entsprechend einmal die Wicklung rum und der Draht geht direkt hier durch. Das bedeutet, der Silberne Draht, den man hier durchgehen sieht, der hier und der hier, das wird das HF-Signal sein, das auch weitergeführt wird. Und diese Wicklung um das HF-Signal drumherum ist vermutlich jetzt einfach mal ganz stark, um die Stehwelle zu ermitteln, um Vorlauf, Rücklauf, irgendwie sowas, Leistungsmessung, sowas kann man mit so einer entsprechenden Spule um eine HF-Leitung drumherum generieren. Des Weiteren haben wir hier, da muss man gar nicht mal groß nachschauen, was es ist, L358 Feldwald Standard 0815 Operationsverstärker, der vermutlich jetzt einfach mal hier diese ganze Stehwellenverhältnisgeschichte und so auf einen vernünftigen Pegel bringt. Und ohne nachzuschauen wird das hier vermutlich, wenn ich mal anschaue, wie viele Leitungen hier weggehen, die alle irgendwo zu den Relais hingehen, wird das ein Multiplexer-Cip sein, vermute ich jetzt einfach mal I²C auf ganz viele Ausgänge. Auch hier unten nochmal ein paar Chips mit dazu, die vermutlich auch nochmal irgendwie eine Logik-Schaltung darstellen, um die Relais entsprechend mit weniger Pins da oben richtig schalten zu können. Da rechts der UFL-Stecker, das heißt hier kommt unser HF-Signal an, wird dann entsprechend über die Bandpässe weitergeleitet, hier hoch, geht weiter über den Antennentuner und landet schließlich und endlich dann an der BNC-Buchse, wo wir unsere Antenne anschließen können. Jetzt wird es richtig spannend, was haben wir alles drauf? Und zwar haben wir hier einen ST-Micro-Controller und zwar einen ST-32F427. Das ist ein ARM-Cortex-M4-Prozessor, einen EEPROM-Speicher für die fixen Daten müsste er aber auf jeden Fall haben. LM358, da oben haben wir einen Operationsverstärker, das da wird ein direkt drunter. Unter dem Prozessor haben wir einen 24C32, also da haben wir unseren EEPROM, der uns die Daten speichert, 32H-Bit. Da oben einen vermutlich FED, noch eine ganze Horde FEDs. Hier nochmal einen Spannungswandler würde ich fast tippen, so wie der angebunden ist. Wieder zurück auf die Oberseite. Wir verschaffen uns mal einen Überblick über die ganzen Bauteile, die drauf sind. Wir haben hier den ST-Micro-Controller drauf mit ein wenig Beschaltung drumherum. Der hat im Übrigen Audio direkt mit drin, also der hat ein Audio-Interface mit drin, das vermutlich dann auch hier entsprechend rausgeführt wurde. Wir haben hier einen Deckel, eine HF-Abschirmung. Unter dieser HF-Abschirmung befindet sich nichts sonderlich Spektakuläres, möchte ich jetzt mal fast sagen. Da drunter versteckt sich ein LVC74A, das ist ein Flip-Flop. Und hier oben haben wir einen Chip, da finde ich jetzt keine Informationen. Da das Ganze unter dem Schirmdeckel drin ist, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass das vielleicht der Vorverstärker oder sowas sein könnte. Dann haben wir da oben in schwarz komplett verdeckt, da komme ich nicht rein und ich mag es jetzt auch nicht ablöten, ehrlich gesagt. Da haben wir einen fix fertigen Platiner, die da aufgelötet ist, drei Pins rein, vier Pins, fünf Pins raus und das wird irgendwas HF-Technisches sein, also auch wieder unter dem Schirmdeckel. Wir haben hier im Prinzip noch einen Transistor, der uns quasi die Vorstufe bereitet und dann haben wir hier unseren wirklich wichtigen großen HF-Transistor und zwar, wie man es lesen kann, der AF-T5M31N. Das Ding kann bis zu 30 Watt uns ausgeben, 10 Watt kann das Funkgerät, also da haben wir zum Glück noch Luft. Und was man super erkennen kann, auf der Unterseite ein dicker Messingplotz als Kühlung für diesen Ausgangstransistor. Hier noch ein bisschen Befilterung, weil wir wollen natürlich auch einigermaßen ein schönes Signal raus haben. Plus, jetzt kommt es gleich, jetzt alle festhalten. Ich drehe das Ganze jetzt mal um. Plus noch eine ganze Horde Befilterung auf der Unterseite. Hier nochmal ein Ausgangsgeschichte. Hier haben wir auch nochmal einen Transistor, der unter dem Kühlpad versteckt ist. Hier haben wir wieder zwei Chips drauf, die vermutlich jetzt einfach mal HC-238, die wieder das Ganze ein wenig multiplexen, hin und her schalten, ob welcher Filter davon verwendet wird. Hier nochmal in der Nahaufnahme, weil es ja schön und interessant ist. Wir haben hier ganz viele Spulen, also alle diese schwarzen Klötze, das sind Spulen, die wir hier haben. Auch das blaue und grüne, was man da sieht, sind Spulen. Und das ganze weiße und silberne, was wir da zwischendrin noch haben, bräunliche, die ganzen kleinen Bauteile, sind die Kondensatoren, die man hier so sieht. Und dann noch entsprechende Dioden, die das Ganze ableiten in Richtung, wo es hin soll. Also echt ein ganz schön interessantes Design. Bauteil technisch ist doch schon einiges drin. Hier haben wir einen interessanten Cirrus Logic CS4272. Analog Devices, so wie ich mir die Beschaltung anschaue, das sind Operationsverstärker, die hier noch mit dranhängen. Ich fahre nochmal über die Chips drüber, wem es interessiert und wer noch mehrere Details sich rausholen will, damit ihr die Beschriftungen seht, dann könnt ihr das Ganze auch selber eventuell im Internet nachschauen. Das war es also auch schon mit der Platine. Nun geht es noch zu dem ganzen Anzeigeteil weiter. Wir haben also hier die Platine, oben die Tasten und so weiter dran. Geht sogar auf eine separate Platine, wie man hier erkennen kann, auch wieder mit einem Flachbandkabel. Und das Display, so wie es ausschaut, hat eine eigene Platine. Wird quasi direkt von der Unterseite auf die Trägerplatine gelötet. Und was mir jetzt am meisten auffällt, ist hier der Inkrementalgeber, also dieses Drehrad, mit dem man ja die Frequenz durchdrehen kann. Das ist tatsächlich ein selber gebauter Inkrementalgeber, so wie es ausschaut. Also das schaut aus wie ein Messinggehäuse. Und in diesem Messinggehäuse ist einmal dieses Inkrementalrad drin, dann eine Durchlichtschrank, beziehungsweise zwei Durchlichtschranken für AB-Richtung und eine eigene kleine Platine, um diese Drehzahl auszuwerten. Das finde ich jetzt tatsächlich ganz schön putzig. Da oben der Host-USB-C-Anschluss, der hat ein bisschen Schutzbeschaltung drumherum. Da kann man eine Tastatur und sowas anschließen. Für uns viel spannender der DEV-Anschluss. Da schließt man nämlich den PC an. Und dann kommt auf der nächsten Stelle ein HH4TA01Y22, und zwar ein USB-Hub. Der wandelt also quasi unseren Einfach-USB, der hier wunderschön daherkommt, die 222-Pico-Farad-Kondensatoren daneben und so. Die wandelt er auf vier weitere USB-Anschlüsse. Einer geht hier rüber, wie man erkennen kann. Einer geht hier runter auf diesen Chip, und zwar der CH342F. Kennen wir auch schon. Eine serielle Schnittstelle, nichts großartig Unbekanntes. Das, was hier unten ist, ist eher das Spannendere. Und zwar haben wir hier mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den Soundchip. Also das wird die Soundkarte sein. Hier oben neben dem Flachbandkabel nochmal ein PCF 8563. Der sagt uns auch was, PCF 8563. Eine E2C Realtime-Glock. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, warum die Batterie für die Realtime-Glock auf der anderen Platine drauf sitzt. Und dann wahrscheinlich irgendwie erst drunter gerutet wird, warum man die Realtime-Glock nicht, egal. Was jetzt noch auf der anderen Seite. Hier noch ein bisschen Spannungsversorgung und so fürs Display und so weiter. Das Interessanteste, was ich jetzt noch gerade finde, ist, dass wir hier einen RTL, einen kompletten Eval, so ein Eval-Board drauf haben, wie man es kennt. Und zwar ein Bluetooth- und WLAN-Chip, weil wir haben ja Bluetooth und WLAN drin in dem Ganzen. Und da entsprechend auch noch die zwei Bluetooth- und WLAN-Antennen. Beziehungsweise wahrscheinlich beides für beides da. Also da ein komplettes Evaluations-Board. Und das Interessanteste da dran ist, wer sich fragt, wofür dieser Aufkleber in diesem Deckel ist. Dieser Aufkleber an dem Deckel ist dafür da, dass entsprechend hier dann auch diese Funkquellen rauskommen. Wenn man hier einen Metalldeckel hätte, würden ja Bluetooth und WLAN nicht wirklich gern freiwillig rauskommen. Ja, das war's. So weit haben wir das Funkgerät komplett auseinandergebaut. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen einen Lichtblick geben, wo was wie drin ist. Ihr könnt sie ja grundsätzlich auch zurückspulen, euch die ganzen Teile vergrößert nochmal anschauen. Wie gesagt, Display-Board, WLAN, Bluetooth, Inkrementalgeber, USB-Soundkarte, USB-Hub, USB-Typ-C-Anschlüsse, Micro-ASD haben wir auch noch, da wird da oben die Beschaltung entsprechend sein. Die Realtime-Glock, da ist die Uhrzeit drauf gespeichert. Ansonsten auf der Platine nichts Spannendes. Die Mutter-Platine hat den 32-Bit-Cortex-M4-Prozessor drauf. Vorverstärker, Verstärker-Thematik, gesamte Verstärker-Geschichte mit dem Haupttransistor, der uns die bis zu 10 Watt aus dem Funkgerät liefert. Plus ganze Filterbeschaltung auf der Unterseite, die ganzen Filter, die man ein- und ausschalten kann. Plus etwas Verstärker-Schaltung, um die Signale aufzubereiten. Und das für mich persönlich am spannendsten Board wäre dieses Board, wo wir einmal die ganzen Bandpass, Tiefpass, was auch immer Filter haben, für die Ausgangsgeschichte plus die Stehwellenmessung hier oben, Leistungsmessung hier oben, plus den Antennentuner, der entsprechend hier mit dem Multiplexer-Chip und den Kondensatoren auf der Unterseite und den Spulen auf der Oberseite passend uns das ganze Funkgerät umschaltet und die Frequenzbänder entsprechend wechselt. Hier noch die Batterie für die RTC, die sich ja in der untersten Platine befunden hat. Ansonsten haben wir hier nichts Großartiges. Das Gehäuse selber noch mal etwas mit Edelstahl geschirmt hier, falls Alu nicht reichen wird, um die HF abzuhalten. Noch mal ein Edelstahlblech dabei. Dann versuche ich das Ganze jetzt noch zusammenzuschrauben. Wer will, kann man dabei noch zuschauen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Einblicke in dieses echt coole Funkgerät geben. Im dritten Video werden wir es dann verwenden. Da funke ich dann einfach mal ein bisschen mit euch. Dann seht ihr, wie es funktioniert und was ich da so ganz cool dran finde. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. So, wir fahren mal weiter. Schrauben, der große Moment, das klickt, sieht ja mal nicht ganz so schlecht aus, oder? Komm mal eine perfekte Antenne da rein. Also, ich empfange auf jeden Fall noch was. Bedeutet, ich traue mich, das Teil jetzt wieder zuzuschrauben. Und gehe mal stark davon aus, dass ich es ausnahmsweise mal nicht kaputt gemacht habe, wie ich das sonst immer so gut kann bei Dingen auseinanschrauben. Ich bedanke mich nochmal für alle, die bis jetzt dabei waren. Schöne QSOs euch allen. Viel Spaß auf den Bändern. Wer Interesse hat an dem ganzen Funkzeugs, wenn ihr euch das Video anschaut, dann denkt ihr, boah, geil, das ist ganz schön coole Technik, was der da hat. Würde ihr auch gar mal damit rumspielen. Dann erkundigt es euch mal bei euren lokalen Funkverbänden, also DARC oder Österreichische Versuchssenderverband. Die haben Kurse, weil man kann natürlich nicht einfach so drauf losfunken. Man braucht da entsprechend eine Prüfung und einen Kurs dafür. Aber die helfen euch dabei, dass ihr das ganze Jahr besteht. Also viel Spaß, bis zum nächsten Video. Ciao.